Okay, Passa Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Ich nenne euch kurz meine Lieblings-Top-Supplements für den Winter, fürs Immunsystem zum Beispiel und auch generell so ein paar von meinen Lieblingsprodukten jetzt bezüglich auch des Black Fridays, was ihr euch alles so gönnen könnt. Ja, und es trifft sich natürlich sehr gut, denn Black Friday steht vor der Tür bei Bixer und gibt es ab 0 Uhr zum 24., das heißt nur am Black Friday, knappe 30% aufs gesamte Sortiment mit dem Code MIKE10 und nur solange der Vorrat reicht. Bixone Stuff ist exklusiv und dementsprechend ist einfach eine gewisse Menge davon da und ihr müsst zuschlagen, ihr müsst schnell sein und ihr bekommt 20% aufs gesamte Sortiment und 10% obendrauf mit meinem Code MIKE10. Und ich habe auch noch weitere Kooperationspartner, dementsprechend Planet Food Store, ihr werdet es kennen, ist ein Lieferant für hochwertigstes, geilstes Fleisch, aber auch für generell Lebensmittel mittlerweile, auch teilweise Fertigprodukte, also fertiges Essen, das ihr euch einfach nur aufwärmen müsst, das auch sehr hochwertig ist. Da bekommt ihr schon ab jetzt, also ab Donnerstagabend, ab 18 Uhr, bekommt ihr da mit dem Code MIKE10 die maximalen Rabatte auf meine Favorites hier für euch, auch für alle aus dem Coaching, wenn ihr euch eindecken wollt, Rinder-Tatar, fette 300 Gramm Packung Rinder-Tatar, gönnt euch das, wirklich, gönnt euch den Rabatt. Rinder-Hüft-Steak Premium, könnt ihr quasi wie Tatar verwenden, hat sehr ähnliche Werte. Ich sage bei mir im Coaching immer, entweder du hast Tatar oder du hast Hähnchen oder du hast Rinderhüfte Premium, solche Sachen, also auch hier und natürlich auch das Good Old Chicken, also du hast auch ganz einfach Hähnchenbrustfilet. Okay, all das ist genial, tiefgekühlt verpackt, zu dir nach Hause geliefert, du kannst es einfach zusammen in die Tiefkühltruhe umpacken und, also bequemer geht es gar nicht. Schaut bei Planet Food Store vorbei, Link in der Beschreibung und Code MIKE10, maximale Rabatte. Kommen wir mal zu BigZone. Die ganze Zeit werden wir das gefragt und ich bin auch nicht komplett sicher davor, denn die Erkältungswelle geht wieder rum und ich werde immer wieder gefragt, was kannst du supplementtechnisch so empfehlen. Ich habe dazu in der Vergangenheit ungefähr zwei, drei YouTube-Videos schon gemacht, in denen ich euch sogar Studien angehangen habe. Das heißt, wenn Leute immer sagen, ich bin die Quelle für das, was du da sagst. Ich habe schon zwei Videos mit Studien gemacht, dieses Mal nicht. Vielleicht mache ich noch ein extra Video, in dem ich wieder alles auspacke. Aber ich werde euch jetzt ein paar Empfehlungen mitgeben bezüglich des BigZone Sortiments, was ihr einfach machen solltet über den ganzen Winter, um auf der Supplement-Seite das Bestmögliche getan zu haben. Ich sage nicht, das heilt euch. Bevor ihr jetzt wieder mit den Mistgabeln auftaucht. Ich sage, es ist das Bestmögliche, was ihr tun könnt, um safe zu sein auf der Supplement-Seite. Das ist mit Supplements möglich und da ist viel möglich. Dementsprechend habe ich das in den letzten Videos auch schon gesagt. Zink hat tatsächlich sogar an spezifischen Studien mit Erkältungen, Zink and the Common Cold hieß diese Studie, wurde gezeigt, dass Zink die Krankheitsdauer erheblich verkürzen kann in einer Überdosierung und eben auch die Symptomatik runterfahren kann. Hier spricht man tatsächlich von sehr hohen Dosierungen über einen kurzen Zeitraum. Also das, wo jeder eigentlich sagen würde, spinnst du, da droht doch eine Zinkvergiftung. Ja, aber wir reden hier von ein bis zwei Wochen. Mehr ist es nicht. Und das sind wirklich sage und schreibe knappe 100 Milligramm so runtergebrochen. Das ist so eine Milligramm-Anzahl pro Kilo Körpergewicht angegeben. Aber so Pi mal Daumen kommen die meisten so bei 100 Milligramm raus. Und deswegen deckt euch ein mit Zink. Zink ist verdammt günstig, knapp 30 Prozent drauf. Holt euch einiges an Zink, dann seid ihr da safe. Und bitte dosiert es auch nur hoch, wenn ihr akut krank werdet. Anders bei Vitamin C. Das hat nämlich in Studien gezeigt, dass man es mit einem sogenannten Superloading, Kommen wir zum Superloading gleich. Es hat eher gezeigt, dass es erstmal so ist, dass Vitamin C auch präventiv sehr stark wirken kann, wenn es halt schon sehr hoch dosiert ist. Wir wissen, Orales Vitamin C ist sehr schlecht von der Aufnahme. Das ist leider so. Deswegen haben wir das neue Buffered Vitamin C von Bigzone. Das gepufferte Vitamin C ist deutlich besser in der Aufnahme und hat eine bessere Halbwertszeit. Es bleibt länger in deinem Körper und du hast mehr von dem Wirkstoff. Also holt euch das Buffered Vitamin C mit dem Code Mike10 für knapp 30 Prozent. Deckt euch damit ein, denn bei Vitamin C ist es wirklich so gerade, weil das Vitamin C trotzdem oral nicht so gut aufgenommen wird. Auch wenn es das Buffered ist, besser als das normale, scheidest du viel davon wieder aus. Das heißt, du musst mehr davon nehmen, damit das Oral auch was wirkt. Top wäre natürlich eine Infusion, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Also nur damit wir das mal gesagt haben. Aber du kannst tatsächlich mit circa 5 Gramm Vitamin C am Tag über den Winter sehr gut hantieren. Und es gibt Studien, um dazu nochmal zu kommen, die zeigen, dass ein sogenanntes Superloading mit Vitamin C mit bis zu 5 mal 2 Gramm pro Tag wirklich erhebliche Vorteile gebracht hat in Bezug auf Heilung bei einer Erkältung und so weiter. Das könnt ihr genauso, wie ich es gesagt habe, bei examen.com übrigens nachlesen, wenn ihr auf Vitamin C gebt. Da gibt es einiges, so eine Summary und da steht halt viel dabei. Guckt euch das an, da könnt ihr euch auch die Studien raussuchen. Vitamin C also. Als nächstes Glutamin. Glutamin ist ein Immunonutrient, so wurde das in vielen Studien genannt. Glutamin kann über den Magen-Darm-Trakt dafür sorgen, dass dein Immunsystem gestärkt wird. Vor allem, wenn es geschwächt ist. Präventiv etwas weniger, wenn es geschwächt ist etwas mehr. Bei Glutamin ist das Interessante, je mehr Glutamin du nimmst, desto mehr bringt es auch. Zum Glück ist Glutamin selbst nicht so teuer. Die meisten nehmen dann irgendwie so 5 Gramm am Tag oder was weiß ich. Nimm ruhig, wenn du befürchtest, krank zu werden. Nimm 20, nimm 30 Gramm für eine kurze Zeit. Und vorzugsweise nimm es mit dem VitaFuse. Das ist jetzt nicht so meine spezifische Empfehlung, wenn du krank bist. Aber das VitaFuse ist ein Getränk, also ein Mix, ein Pulvermix als Drink. Der enthält einfach alles. Alle möglichen Vitamine und Mineralien und vieles, was das Immunsystem stärken kann über den Darm. Also das heißt, da sind auch viele Faktoren drin, die den Darm stärken. Und darüber auch das Immunsystem. Zum Beispiel ist auch da Glutamin drin, aber eben nur 5 Gramm. Immerhin. Aber ich würde das VitaFuse mit Glutamin strecken. Um das mal so zu sagen. Dann hast du wirklich einen sehr powerful Immunsystem-Drink. Und deswegen hier auch meine Empfehlung. Wenn ihr wollt, gönnt euch das VitaFuse gleich mit. Einfach so als Vollpaket fürs Immunsystem. Eine sehr gute Sache. Aber Glutamin war hier der nächste Baustoff, den ich nennen wollte. Kommen wir zu einem, den wahrscheinlich manche schon vermisst haben. Das Vitamin D3 ist klar, vor allem im Winter. Das heißt, der UV-Index in Deutschland ist sowieso grausam. Und wir kriegen nur ganz selten überhaupt genug, dass der Körper daraus irgendwas machen kann. Aber gerade im Winter brauchen wir Vitamin D3 als Supplement dringend. Wenn ihr es nicht glaubt, macht ein Blutbild. Wenn ihr gerade keins nehmt und checkt euren 25-OH-D3-Wert. Oder manchmal heißt es auch nur 25-OH-D. Und da seht ihr ganz genau, was euer Vitamin D-Wert macht. Und der ist höchstwahrscheinlich irgendwo unter 30. Und in Deutschland heißt es irgendwie, du hast bei einem 50er zu viel. Ich würde sagen, 50 ist das Minimum. 50 bis 70 ist ein guter Wert. Da sagen dir viele Ärzte schon, ah, furchtbar gefährlich. Aber mit K2 kein Problem. Deswegen gönnt euch gerne das Vitamin D3 plus K2 von Big Sound in der neuen Liquid-Form. Mit knapp 30% günstiger. Und nehmt davon zumindest mal eine Kapsel am Tag. Dann habt ihr 5000 Einheiten mit entsprechend K2. Kann also nichts passieren. Wenn ihr spürt, dass ihr krank werdet, nehmt eine Weile lang erst mal 10.000 bis 15.000 Einheiten. Wirklich. Sagen wir für zwei, drei Wochen. Mehr nicht. Ja, rastet nicht aus. Aber kann pushen, kann helfen, kann das Immunsystem wirklich unterstützen. Deswegen auch hier. Als nächstes haben wir von Big Sound auch NAC. N-Acetylcystein. Das wird anekdotisch immer so weitergegeben. Anekdotisch, dass es dabei helfen kann, Husten zu lösen, Schleim zu lösen. Sei es so oder nicht. Was hier ganz interessant ist, ist der stark antioxidative Effekt. Und dass es die Vorstufe von Glutation ist. Und Glutation ist das stärkste Antioxidant des Körpers. Bei Immunsysteminfusionen wird neben Vitamin C und Zink, haben wir alles schon mal gehört, tatsächlich auch Glutation gerne verabreicht, weil es dem Körper einen riesigen Push geben kann. Und N-Ac ist die Vorstufe von Glutation. Deswegen, wenn ihr was einnehmen könnt, Glutation selbst ist tatsächlich oral furchtbar. Das könnt ihr nicht einnehmen. Also das könnt ihr nehmen, aber es bringt halt so gut wie gar nichts. Deswegen hier N-Ac mit 600 Milligramm am Tag, entweder von Bigzone als Kapsel im Produkt oder halt als Brausetabletten aus der Apotheke, wie auch immer. Auch hier ein Tipp, holt euch das N-Ac dazu, zu dem Stack. Jetzt haben wir eigentlich schon fast alles, was das Immunsystem angeht. Wenn ihr Entzündungswerte runterdrücken wollt, holt euch noch Kokumin. Das NovaSol Kokumin von Bigzone. Wenn ihr krank werdet, könnt ihr davon gerne übertreiben. Für einen kurzen Zeitraum, wie gesagt. Nur solange ihr krank seid. Knappe vier Kapseln oder so. Ansonsten ein oder zwei davon durchgehend nehmen. Stark entzündungshemmend, stark antioxidativ. Auch nur gut fürs Immunsystem. Und eine kleine Fußnote vielleicht noch, was interessant sein könnte. Es gibt halt immer wieder Hinweise, die zeigen, dass zum Beispiel ein Long-Covid-Syndrom durch Blutgerinnsel verstärkt wird, die sich so Richtung Lunge und so weiter abtransportieren lassen. Was weiß ich. Also was will ich damit sagen? Alles, was Richtung Thrombose und Blutgerinnsel geht, dadurch verschlimmert sich oder verstärkt sich halt ein Long-Covid-Syndrom. Zumindest sind das so die aktuellen Erkenntnisse. Und wichtig. Eines, eines der Dinge oder eines der Supplements, das euch da ein bisschen beim Bekämpfen helfen kann, ein bisschen, ist halt nun mal, muss man einfach sagen, Natto-Kinase. Natto-Kinase spaltet Blutgerinnsel auf. Und dementsprechend ist, wenn ihr irgendwelche starken Atemwegserkrankungen habt, alles Richtung Grippe oder diese ganzen mutierten Sachen, die es momentan gibt, probiert Natto-Kinase aus. Eine Kapsel am Tag einfach durchgehend einnehmen. Vielleicht auch bei einer Kapsel am Tag bleiben. Es sei denn, ihr seid akut Corona-krank zum Beispiel. Nehmt ihr zwei. Aber das kann ich euch als Tipp tatsächlich noch mitgeben, einfach mit reinzunehmen in die Supplementation. Das kann Wunder wirken. Jetzt haben wir weitestgehend die wichtigsten Supplements für die Gesundheit durch. Wobei ich niemals müde werde, Omega-3 noch zu erwähnen. Das sollte immer drin sein. Und gerade in solchen Zeiten, in denen wir die Entzündungswerte des Körpers so ein bisschen unter Kontrolle halten wollen, sind diese fünf bis zehn Kapseln am Tag vom Omega-3-Produkt von Bigzone sehr wichtig. By the way, ihr habt ja eins der höchst dosiertesten Produkte auf dem Markt. Deswegen, manche sagen mir dann, ich habe ja einen Omega-3 von der und der Marke, davon nehme ich drei Kapseln, das reicht. Sorry, nein, tut es nicht. Also ich bin hier einfach nur offen und ehrlich. Und wenn ihr euch was kaufen wollt, ihr seht, ich empfehle euch jetzt gerade nicht irgendwie die geilsten Booster. Ich empfehle euch nicht irgendwie tausend Tonnen Battleway, obwohl Battleway geil ist. Sondern ich empfehle euch tatsächlich gerade nur die ganzen Gesundheitssupplements. Das heißt, wenn ihr bei Bigzone was einkaufen wollt, euch ein Vorrat anlegen wollt, ist das eigentlich meine Empfehlung. Deckt euch gerade jetzt über diesen kommenden Winter. Ihr merkt gerade, jeder um euch herum wird krank. Deckt euch mit diesen ganzen Gesundheitssupplements ein. Wirklich. Ich glaube, ich habe jetzt alle genannt, die ich so in meinem Daily-Rhythmus drin habe. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Aber das ist jetzt alles, wo ich direkt sage, das ist so für mich der krasseste Push aufs Immunsystem. Ich glaube, ich habe auch nichts vergessen, was das angeht. Deswegen würde ich das Video damit eigentlich beenden wollen. Das war mein Tipp. Hey, natürlich, ihr könnt euch im Bigzone-Sortiment gönnen, was ihr wollt. Da gibt es geile Supplements. Ihr habt knapp 30% mit Mike 10 ab 0 Uhr. Gönnt euch, was ihr wollt. Aber wenn ihr meine Tipps wollt, gerade für den Winter, finde ich, das sind somit die wichtigsten Supplements, die ich gerade aufgezählt habe. Wenn ihr davon einen guten Vorrat habt und versorgt seid, dann kommt ihr deutlich gestärkter durch diese Zeit. Natürlich müsst ihr selbst noch sehr viel tun. Und ein, zwei Tipps von mir im Nachhinein, hör auf, die ins Gesicht zu fassen. Ja, ihr seht es an mir in den Videos. Wir können ja mal einen Counter anmachen, wie oft ich mir ins Gesicht fasse. Das ist die ganze Zeit. Es ist wirklich die ganze Zeit. Das heißt, weil wir das fast immer nicht schaffen, wäre es vielleicht klug, und so mache ich das mittlerweile, vor allem, weil ich viel mit Menschen arbeite, immer mal wieder die Hände leicht zu desinfizieren. Kann schon helfen. Oder die Hände sehr gründlich mit Seife zu waschen. Reicht auch. Meistens kannst du nicht immer zum Waschbecken rennen. Ich mache das so zwischen zwei PTs gerne, dass ich so ein Handdesinfektionsmittel nehme. Denn du wirst nie aufhören, die ins Gesicht zu fassen. Vor allem im Gym, du fasst die Handlern, dann fasst du dir ins Gesicht, und dann hast du es halt schon irgendwo über den Schleimhäuten. Und so wirst du krank. Du wirst wirklich hauptsächlich so krank. Du nimmst es irgendwo auf und fasst dir ins Gesicht. Das ist der Hauptgrund dafür, dass du dich mit irgendwas ansteckst. Auch Handshake. Oder gib Faust. Ist doch besser. Ja, aber hier. Das heißt, pass ein bisschen auf, was du machst. Sei so ein bisschen bedachter. Benutz beim Fitnessstudio auch öfter mal das Desinfektionsmittel. Auch für die Geräte, wenn du dich drauflegst. Das tut auch dir gut. Das ist nicht nur, dass du was für den Nächsten tun musst, worauf du keinen Bock hast. Sondern das hilft ja auch dir. Benutz es im Vorfeld und benutze es auch danach wieder. Ansonsten geht nicht krank trainieren, wenn ihr, also geht nicht krank trainieren. Das würde ich tatsächlich noch sagen wollen. Wir hatten auch sehr intensiv das Thema Herzmuskelentzündungen schon mal behandelt im Heilpraktika. Das ist gar nicht witzig. Das sind all die Tipps, die ich für euch habe. Trinkt viel, bleibt gesund, esst frisch, gönnt euch frischen Ingwersaft. Wir haben uns eine Saftpresse geholt. Hilft auch sehr. Und ansonsten gönnt euch jetzt einfach die geilen Black Friday Angebote. Nochmal, jetzt gerade Planet Foodstore. Code Mike10, maximale Rabatte. Dann Big Zone ab 0 Uhr. Code Mike10, maximale Rabatte, knapp 30%. Und, für alle, die es wissen wollen, beim Austrian Cookie Dealer. Liebe Grüße an den Cookie Dealer selbst, an den lieben Hannes, den ich schon sehr lange kenne, gibt es jetzt wieder meinen Code. Und diesmal ist er wirklich Mike10. Das heißt, ihr habt auch beim Austrian Cookie Dealer auf diese fettgeilen Cookies jetzt den Code Mike10. Wenn ihr euch also ein ordentliches Cookiearsenal anlegen wollt, dann nutzt den Code Mike10 und lasst euch diese übergeilen Cookies nach Hause liefern. SmilerDogs hat übrigens auch noch ein paar Tage weiterhin bis zu 70% aufs gesamte Sortiment. Die fettesten Rabatte auf SmilerDogs.com mit meinem Code, der lautet dort IRONMIKE. Das heißt, wenn ihr euch die geilste Sportkleidung gönnen wollt und wie gesagt, ey, bis zu 70% Rabatt für dieses geile Zeug, dann schlagt jetzt noch bei SmilerDogs zu, denn auch da ist der Sale dann bald vorbei. Knapp 70% mit Code IRONMIKE bei SmilerDogs.com. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Fallt nicht zu sehr in den Konsumwahren. Auf der anderen Seite, wenn ihr das ganze Sortiment für ein Jahr für 30% günstiger kaufen könnt, Supplements werden so schnell wie schlecht, schaut halt, was in euren Geldbeutel reinpasst. Ich danke euch jetzt schon mal für den Support, auch der letzten Jahre. Ihr habt da immer ordentlich mit meinem Code zugelangt und ich habe das Ganze zum Beispiel in solche Investitionen gesteckt. Und deswegen kann ich mich nur bedanken, dass es momentan immer besser läuft. Tut euch was Gutes, ihr tut mir sicherlich auch was Gutes, aber bitte übernehmt euch nicht bei der ganzen Scheiße. Und ja, bleibt gesund, Leute. Ich hoffe, die Tipps waren vielleicht ein bisschen hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.